Und hier haben wir noch mehr Nachwuchs im Weltvogelpark. Die Schneeäule hat fünf Küken. Zwei sehen wir gut. Das dritte ist noch unter den Federn der Mami versteckt, die ganz arg aufpasst. Und hier hinten versteckt sehen wir auch den Papi. Da ist er. Und auch hier hoffen wir, dass sie groß und stark werden. Zu bewundern in der Uhuburg.